da muss ich die namen noch austauschen oder sponsor meeresgrund ja ja weil ich gerade gesunken bin komm hoch welcher muss doch mal was sein ohne witz du bist du schon wieder hier vorne ich bin schon wieder besser weiter raus geschwommen ich sehe dich nicht fahr ich jetzt auf sich zu ich gehe mal in germwood 1 ganz kurz weil ach da bist du mhm ah da ich sehe dich auch jetzt habe ich die orientierung verloren das ist auch immer gut hm oh hier ist ein loch im meyer ich bin mir lege ich auch nichts da muss ich mal in first person mode so warte wie das ist ja geil mit den wasserläufer schulen kann man übelst schnell auch in fließendem wasser laufen ja ja wird er clear für so lange ist hier einer das sieht doch richtig verdächtig danach aus aber es ist keiner scheiße wenn man sie nicht braucht dann findet man die ständig in solchen ozeanen immer so gewesen bei minecraft gehen ja oder allgemein auch weil die extreme hier sehen auch alles geil aus besser als früher ich glaube da kann man echt nur lange suchen hier was ist denn das mit dem boot alter hä mit den booten das funktioniert auch überhaupt nicht hier der letzte scheiß sass das wird er ich glaube das wird wirklich die langweiligste folge hier von der let's play und kann es ja so bild oder dreifache geschwindigkeit machen dann mache ich auch ist die folge hat nur drei minuten lang da ist einer ja ich habe ein jahr wort hier hinten endlich war jetzt mein boot kaputt in folge 94 oder so sind wir jetzt oder 96 keine ahnung boah endlich erst mal screenshotten so ich teleporte dich gleich ja und dann gehe ich mal wieder in den survival mode ich mache nochmal Screenshot so jetzt kommt da das problem mit diesen wächter dingern ja was muss ich da jetzt erst nehmen den trank der nachtsicht oder unter wasser atmen das ist egal ich würde beide gleichzeitig nehmen einfach kann man solche wächter mit der angel hä ich bin runtergekickt worden so ne die wächter kann man nicht mit der angel machen ich war einfach hier da steht mein zweites ich noch ja hä wo was zeigt oh doppelt ah ja das war letztens auch bei galaxy so bei dem buch jetzt äh bewegst du dich auch nicht mal bei mir man hat ja hier mining fatigue man kann nichts abbauen im io.neti.händler timeout read timeout exception hm ja was ist denn das irgendeine scheiße future mine oh ich hab 10 fps grad mal 3 jetzt hab ich hier 3 mal hm ich sterbe hier noch weil ich keine fps habe einfach vor allem server sind grad vier mal vier leute drauf ja ja bei mir ist nur einer das ist nur noch 3 immer nur noch 3 jetzt hab ich dich geschlagen hm 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 nordiskala many volk auch nochmal glaube ich des lis.n Philipp morg geography hm mös mache ich jetzt mal ok Ihr könnt jetzt mal hier das haupt menü sehen boah wieso habe ich nur 20 fps das ist ja übelst langsam So, da sind wir wieder nach einem ganz kurzen Cut. Ich gehe wieder auf den Server und jetzt müsste es aber langsam mal funktionieren hier. Ja. Ich habe sieben FPS, wir können das nicht machen. Das ist doch der letzte Rotz. Versuch noch mal den Grafikeinstellungen. Oh, 12 Chunks ist ein bisschen viel. Ähm. Boah. Oh. Das ist doch nicht spielbar. Junge. Oh. Ich kann mir... Naja, wollen wir vielleicht erst mit Leute aufhören? Naja, ich wollte jetzt eigentlich noch, äh, drei Folgen aufnehmen. Drei noch? Ja. Ich muss noch duschen und so. Ach so, ja. Äh, wenn du jetzt einfach nur da nochmal alleine selber, äh, wartest, bis es halt fertig ist. Ähm, was warten? Äh, dass du es rendern lässt, oder? Äh, das generiert alles. Ach so. Na, jetzt geht's auch wieder jetzt. Äh, ne, doch nicht. Äh, das ist total instabil gerade hier.